Aufgespielt, das Radio Tirol Musikfest. Hallo ihr Lieben, hier ist eure Stefanie und wie ihr im Hintergrund schon sehen könnt, wo bin ich? Ich bin in Nats beim Radio Tirol aufgespielt. Ich freue mich wieder in Südtirol zu sein. Weil ich keine Hand gerührt. Ich werde alles dafür geben, dass die Liebe ewig hält. Wo ich heut bin, wäre ich ganz bestimmt nicht ohne dich, weil du ein Geschenk des Himmels bist. Ich bin in Nats beim Radio Tirol und wie ihr im Hintergrund schon sehen könnt, wo bin ich? Ich bin in Nats beim Radio Tirol und wie ihr im Hintergrund schon sehen könnt, wo bin ich? Das ist wie ihr was sie! Hey! Ich bin in Nats beim Radio Tirol und wie ihr im Hintergrund schon sehen könnt, wo bin ich? Ich bin in Nats beim Radio Tirol und wie ihr im Hintergrund schon sehen könnt. Freunden sind, wenn sie vergessen, die Glauben wie Liebe da sind. Denn die Glauben heute haben wir verstanden, das gute Lied so nahm. So, das war's gewesen heute in Nats beim Königlichen Blütenfestival mit Radio Tirol und vor allem mit so wunderbaren Schönheiten wie die Katrin, die Bayerische Kartoffelkönigin. Es ist selten, dass ich sprachlos bin, aber angesichts solcher Schönheiten kann ich einfach nichts mehr sagen und still sein. Hat's dir gefallen? War's super! Ich bin jetzt ganz gut. Ich hatte einen guten Tipp für dich. Was machst du am 17. Mai? Wenn nichts. Auf Tirol ist das nächste Radio Tirol Music Fest. Du bist dabei, oder? Ich bin dabei. Können wir gerne. Das ist gereitet und gesichert. Ich freue mich auf die nächste Königin.